Musik Hi und wenn du SeanDavidTV mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, kannst du dies nun auf patreon.com slash seandavidtv. Sicher dir nun Shoutouts, exklusive Folgen und mehr. Hallo und herzlich willkommen zurück zu SeanDavidTV mit eurem Lieblings, ne das ist voll gelogen, ich wollte jetzt gerade sagen eurem Lieblingsmoderator, aber das ist vollkommen gelogen. Mit mir halt und mit Robert Becker, hallo. Hallo, hallo. Lieber Robert, ursprünglich hatte ich einen anderen Gesprächspartner für diese Folge, aber als wir dann in der Gruppe erwähnt haben, dass ich gleich diese Folge mit jemand anderem aufnehme, hast du da... Ich, 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 ich. Ja, ich hab mich ganz mitleidig ins Zentrum des Ganzen geschlichen. Ja, so ein bisschen, da hast du dich auch wie so, 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 so eine Katze an meinem, an meinem Bein, so, oh bitte, ach komm schon, komm schon, genau so ist es passiert, nicht gelogen. Ja, wir reden heute über einen 90er Jahre Action-Klassiker und zwar Speed aus dem Jahre 1994, der Film, der für mich Keanu Reeves erst richtig auf die Mappe gepackt hat. Ja, es gab davor noch einen Film, der auch großartig ist, der auch so ein bisschen in dieselbe Kerbe schlägt, ähm, Gefährliche Brandung, ähm, der ist auch großartig, aber ja, Speed gehört für mich, was so die 90er Action-Filme angeht, auf jeden Fall mindestens unter die Top Ten. Ja, mindestens, wirklich mindestens, ja, genau. Also, Keanu Reeves war ja zu der Zeit jetzt auch kein Unbekannter, ne, der hat ja auch schon hier die Bill & Ted, äh, Geschichten waren, glaube ich, vorher noch. Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, Gefährliche Brandung ist ja auch ein Kult-Klassiker mittlerweile. Ja. Für mich war aber Speed zu der damaligen Zeit etwas, was ich noch nie gesehen habe und ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Das war, glaube ich, der erste Film, wo ich vor Spannung wirklich Schweißausbrüche bekommen habe, wo ich den Fernseher verflucht habe, dass es Werbung gegeben hat. Also, es gab so viele Elemente, wo ich wirklich Kurs vom Herzinfarkt stand in meinem jungen Alter, weil ich diese Art der Spannung einfach nicht kannte. Gebe ich dir vollkommen recht. Also, gerade, wenn man den Film das erste Mal sieht und jetzt nicht vorher schon irgendwie sich belesen hat oder groß gespoilert wird, ist das Ding halt extrem spannend. Und für mich auf jeden Fall die, na, nicht die Blaupause gab's halt vorher schon, aber so das Ding für einen High-Concept-Film halt, ne. Also, die Handlung oder das Konzept dieses Films kannst du in einem Satz am Frühstücken halt, ne. Ein Bus darf nicht schneller fahren als 50 Meilen pro Stunde, sonst fliegt er in die Luft. Punkt. So, das ist es. Mehr braucht's nicht. Klar, du hast noch eine Hauptfigur und ein, zwei Nebenfiguren, etc. Komm, wenn du jetzt schon anfängst, dann erzähl mal kurz die Story so in einer Minute, sodass diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, zumindest wissen, dass es ja schon ein bisschen, also da passiert ja mehr als nur ein Bus, der nicht zu schnell fahren darf. Ja, okay. Also, wir haben auf jeden Fall Keanu Reeves, der Jack spielt. Der ist, ähm, ja, Teil einer Spezialeinheit, die, so Antiterror wahrscheinlich, und, ähm, es flattert eine Bombendrohung rein und er und sein Partner, gespielt von Jeff Daniels, genau. Die kümmern sich darum und können dann auch ermitteln, wer denn der Bombenleger ist, nämlich, ähm, Dennis Hopper als Payne, also, ist auch wieder so ein typischer Name, halt Payne, so, ne, als Bösewicht. Ja, und können diesen Bombenanschlag mehr oder weniger vereiteln, findet Payne aber gar nicht geil und möchte sich quasi an Jack dann auch rächen und platziert eine Bombe in einem Bus. Und diese Bombe, wie schon erwähnt, ähm, geht hoch, sobald der Bus, äh, schneller als 50, ähm, äh, Quatsch, er muss erst mal, ich glaub, 50 Meilen fahren und wenn er dann wieder drunter kommt, dann explodiert die Bombe, so. Und natürlich gibt's auch einige Fahrgäste in diesem Bus, unter anderem Sandra Bullock. Genau, als Annie, wenn ich mich nicht irre und, ähm, ja, ähm, Dennis Hopper oder Payne nimmt dann natürlich Kontakt auf mit Jack und sagt, hier, pass mal auf, ich hab dich das hier mit der Bombe gemacht, kümmere dich mal drum, mal gucken, ob du schaffst, halt, ne. Und so entspinnt dann halt, äh, quasi, äh, ein Zweikampf, ähm, zwischen ihm und, äh, Dennis Hopper und er muss halt gucken, dass er irgendwie diesen Bus irgendwie gerettet kriegt mit den ganzen Insassen. Richtig, genau. Und das ist genau das, was diesen Film halt so spannend macht, weil wir gerade noch im Jahr 1994 von einer Zeit reden, wo man das Gefühl hatte, für gewisse Probleme gab es einfach keine Lösung. Genau. So, und dieser Film verkörpert einfach dieses Gefühl der Hilflosigkeit, dieses von wegen, okay, wie kommst du jetzt da raus? Es gibt keine Lösung, dieses Problem irgendwie, ähm, gelöst zu bekommen. Und du hast ja jetzt gerade schon gesagt, Keanu Reeves spielt, ähm, Jack als Hauptrolle, dann hatten wir Jeff Daniels, wie du gerade auch schon gesagt hast, der, ähm, Harry spielt, was lustig ist, denn heißt nicht bei Dumm und Dümmer Jeff Daniels auch Harry? Ja, korrekt. Und kam der nicht fast zur selben Zeit? Ich glaube, er kam ein, zwei Jahre später, ja, aber auf jeden Fall, äh, kurz danach irgendwie. Ja, also es gibt zwei Jeff Daniels Harrys und unterschiedlicher könnten sie nicht sein vom, vom Film her und vom, vom Charakter her. Ja, dann haben wir, was du ja auch gerade schon erwähnt hast, Sandra Bullock, die zu der Zeit noch eben kein Superstar war, die, glaube ich, kurz davor erst noch Demolition Man gemacht hat, wo sie so eine größere Nebenrolle hatte und die aber bei Speed einfach nochmal gezeigt hat, so von wegen, okay, da ist ein Potential Superstar in the Making so. Genau, und, äh, für mich persönlich auch eine wirklich starke Frauenrolle spielt, die auch, ähm, im Rahmen ihrer Möglichkeiten und im Rahmen des Drehbuchs natürlich auch mehrere Facetten der Emotionalität auch durchspielt halt, ne, von total verzweifelt und ich kann nicht mehr bis zum, jetzt krieg dich mal ein, wir müssen das hier irgendwie, äh, regeln halt, ne? Es ist interessant, dass du das sagst, eigentlich ist sie ein Actionheldin da, also klar, ohne selber irgendwie Kämpfe zu haben, aber sie ist eine ganz starke Frau, genau auch wie du erklärt hast mit verschiedenen, äh, verschiedenen Phasen der, der Emotionsleiter, aber am Ende des Tages ohne sie gäbe es keine Möglichkeit, äh, diese Situation gelöst zu bekommen, weil sie eben dann, wenn es drauf ankommt, halt wirklich klar denkt, bei der Sache ist, äh, äh, ähm, äh, einen kühlen Kopf bewahrt und sie ist, muss man halt auch dazu sagen, so sagen halt, äh, auch nicht auf den Mund gefallen, ne? Also, du weißt ja auch gerade, zum Beispiel, wenn sie in den Bus einsteigt, bevor überhaupt das Szenario passiert ist, da landet sie ja bei diesem Laberkopf, der sie da am Vollquatschen ist und da löst sie ja das Problem mit dem Kaugummi, ah, ich hab ein Kaugummi am Stuhl, ich muss mich woanders hinsetzen, ja, also smarte Frau. Genau, und, ähm, ich weiß nicht, ob du die Anekdote kennst mit dem Kaugummi und, äh, eben dieser, dieser, äh, Lösung von ihr, weil das ja improvisiert war halt, ne? Also, das stand nicht im Drehbuch, also wirklich gut, ja. Ja, ja, Sandra, die Schlaue. Wir haben mit Dennis Hopper, ja, Payne hast du ja gerade schon gesagt, eine absolute Legende, auch schon zu dem Zeitpunkt war Dennis Hopper, ja, schon ein absoluter Kult-Schauspieler so. Und es war nochmal interessant, ihn in so einer Rolle zu sehen, weil das, glaube ich, jetzt auch schon ein leicht anderes Genre war, für das Dennis Hopper letztendlich bekannt war. Ja, und er ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Gegenspieler zu Keanu Reeves, weil Keanu Reeves ist da noch sehr, sehr jung, ultra cool, wirklich wirkt so von wegen, wirklich so, hey, ich weiß zu 100 Prozent, was ich mache und ich find schnell, schnell, äh, Wege, wie ich helfen kann. So, dann hast du aber Dennis Hopper, der irgendwie so, so unkontrollierbar wirkt von wegen, so, der könnte jetzt jede Sekunde, könnte der ausrasten und sagen, ey, Leute, hier, äfft euch, Bombe geht hoch. Genau, der sich aber auch in jeder Situation für schlauer hält. Richtig, immer schlauer als die Cops, denke ich. Genau, und, äh, nicht von ungefähr kommt ja dann das Zitat halt, Quizfrage, Arschloch, halt, ne, dieses legendäre Ding, was ich richtig cool finde, ähm, und da geht's ja nicht nur darum, wer körperlich überlegen ist, weil, ja, da ist Jack halt natürlich, um Gottes Willen, äh, weitaus, weitaus weiter vorne, sondern halt auch so, äh, Psychospielchen halt, ne. Mhm, 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 wir haben noch nicht über den Regisseur gesprochen. Mhm. Wie heißt der gute Mann? Jan de Bond. Ja, und er hat ja in den 90ern diverse Projekte gehabt, da waren auch Sachen dabei, wo man sagt, so zum Beispiel Twister, Twister war ja jetzt kein, kein, kein Megaflop, war ja auch schon ein bisschen erfolgreich, so, kannte man in den 90ern, hat dann 2003 das Lara Croft-Ding gemacht, hat aber aus irgendeinem Grund, und ich hoffe, ihr habt schon verstanden, dass wir Speed gut finden, ne, also wir werden gleich nochmal erläutern, wieso, weshalb, warum, er hat auch Speed 2 gedreht. Und so geil Speed 1 ist, was zum Geier war bei Speed 2 da los, und du hast vorhin einen sehr, sehr guten Satz zu mir, äh, bei der Vorbereitung gesagt, was Keanu Reeves gesagt hat. Genau, also ihm wurde natürlich auch die Fortsetzung angeboten, dass er als Jack halt auch wieder zurückkommt, und Keanu Reeves meinte dann, natürlich, logischerweise, jeder rational denkende Mensch würde sofort darauf kommen, ein Film, der Speed genannt wird, also Geschwindigkeit mit einem Boot als Vehikel oder Schiff, macht absolut keinen Sinn. What the F? Was war los, Leute, mit euch? Aber, ähm, die Ambitionen, die Janne Bond für den zweiten Teil auch hatte, die waren halt riesig halt, ne, es gibt, äh, gegen Ende, gibt es ja diese Szene, wo dieses Schiff in diesen Pier reinfährt, und das ist so mit der teuerste Special-Effect-Stunt, was auch immer, wie man das nennen möchte, ähm, den es dir gegeben hat, weil das ist halt echt, also da ist ein echtes Schiff in eine echte quasi Stadt reingebrettert. Richtig, und das ist ein sehr, sehr guter Aufhänger, das Thema echt, wenn wir über die ganzen guten Dinge bei Speed reden, so, einer der Punkte, warum dieser Film so gut funktioniert ist, geil, 90er Jahre, ja, Leute haben wirklich Sachen gemacht, so, es gibt so viele ikonische Szenen, zum Beispiel, fangen wir mit den kleineren an, natürlich diese ganzen Highway-Szenen, ne, wo, wo es auch so Sequenzen gibt, zum Beispiel, wo, ähm, versucht wird, Passagiere vom Bus, äh, rauszuholen, oder wo Jack, ähm, unter dem Bus am, ähm, rumexperimentieren ist und so, es sind halt ohne Ende wirklich Szenen auf dem Highway, die halt echt, äh, wagemutig sind, aber, ja, haben halt echte Menschen gemacht, keine CGI, keine Studioarbeit, ist halt in echt passiert. Dann die ikonische Szene mit dem Bus, der, der, äh, die Rampe hochgeht und, und, ähm... Die Rampe, die es nicht gibt. Richtig, genau, die Rampe, die es nicht gibt und, und, äh, klar, es ist dann, in Wirklichkeit gibt's dann keine Brücke, so, wo, wo halt ein Teil halt fehlt, so, das wurde in CGI gemacht, so, aber trotzdem sind, ähm, wurde halt von, von der Optik her alles so in Szene gesetzt, dass es, es reißt dich nicht raus von wegen, ah, Blue Screen, ah, das ist kacke, sondern du nimmst halt alles wahr, weil es halt alles echt aussieht. Und man könnte sich, jetzt mal abgesehen davon, äh, dass der Bus halt über dieses, über dieses Brückenloch da wirklich drüber hüpft irgendwie, irgendwie, das ist natürlich totaler Quatsch, aber ansonsten kann man sich vorstellen, dass das alles irgendwie machbar ist halt, ne? Also, gerade diese ganze Nummer, wo, ähm, Jack, also Keanu Reeves sich mit diesem kleinen, wo er sich da raufsetzt, dieses, dieses Brett mit vier Rädern irgendwie, unter dem Bus, ähm, äh, mit dem Seil irgendwie drunter lässt und so, das sind ja alles Sachen, das geht ja, also, das, ne? Irgendwie ist es, es war gefährlich, aber es ist machbar. Ja, ja, es ist alles wirklich machbar und man kann sich halt, wenn man den Film guckt, vorstellen, okay, wenn es wirklich so was geben würde, ne Bombe, ne Bus, so, dann würde man eventuell vielleicht sogar selber so vorgehen, keine Ahnung, also, es ist halt irgendwie alles nachvollziehbar und schlussendlich ja auch wirklich intelligent gelöst, ähm, wie ich finde, wie sie aus der ganzen Nummer dann auch rauskommen. Ja, brillant gelöst, ja. Wollen wir jetzt natürlich nicht spoilern. Was mir bis heute bei Speed, abgesehen von der ultra krassen Spannung bis heute im Kopf geblieben ist, ist, dass die Teelmusik von Speed. Ich liebe sie. Ist für mich, und das war für ganz, ganz, ganz viele Jahre mein absoluter Lieblings, ähm, Filmscore aus den 90ern, dieses, dün, 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 so, es ist unfassbar gut. Also, ich hab mir das, ähm, weil ich mich natürlich wieder vorbereitet hab und den Film vor ein paar Tagen nochmal geguckt habe, ähm, mir den Song bestimmt nochmal 20 Mal auf YouTube von Anfang bis Ende reingezogen. Es, also, es gibt wenig Songs, die so viel Spannung und Action in, in einem Song verkörpern wie dieses Teil. Ja, also, Marc Mancina hat den Soundtrack gemacht und der hat dann später auch Bad Boys gemacht, den Soundtrack, den ich auch grandios finde. Also, der hat wirklich, eine Zeit lang hat der richtig abgeliefert, der Mann, ähm, der sollte ja auch eigentlich, ähm, ähm, The Rock machen, den Soundtrack. Hat sich dann aber mit Michael Bay überworfen und irgendwie nicht das abgeliefert, was, ähm, er abliefern sollte scheinbar. Aber auch, ja, vielleicht für Schicksal gar nicht so schlecht, weil ich find den The Rock Soundtrack, der schlussendlich rauskam, auch grandios. Ist er auch? Wäre natürlich die Frage, wie es andersrum gewesen ist. Also, man muss ja dazu sagen, er hat ja für die Zeit echt, wie du schon gesagt hast, ein Megabrett nach dem anderen geliefert. Deswegen, ich geh davon aus, dass da trotzdem hohe Qualität gewesen ist. Es ist halt immer wieder interessant zu sehen, wie wichtig manchmal ein Score für, äh, wie oft die, die, die Wichtigkeit bei einem Score für einen Film einfach, ähm, äh, in Kraft tritt. Also, du hast halt wirklich bei Speed, ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn da ein schwächerer Song dabei gewesen wäre oder schwächere Filmmusik, wäre die Spannung nicht so rübergekommen, wie, wie sie halt am Ende des Tages war. Und der Film steigt ja auch sofort mit dieser Musik ein, halt, ne? Richtig, genau, genau. Dieser Fahrstuhlschacht, genau, genau, wo dann die, die Credits quasi durchlaufen. Ja, mit schöner 90er-Jahre-Schriftart. Ja, ja, genau. Also, ja, also der Score ist super, grandios. Ja, also für diejenigen von euch, die den Song nicht kennen, wenn ihr einfach mal geile 90er-Jahre Filmmusik hören wollt, ey, einfach Speed, ähm, äh, Title, äh, Theme, so, da geht euch echt einer ab. Ich hab noch ein paar interessante, äh, Fun-Facts, über die ich mit dir sprechen möchte. Und zwar, ähm, Sandra Bullock, die ja natürlich dann gefühlt 80 Prozent des Filmes am Bussteuer sitzt, so, äh, musste für den Film ja wirklich Busfahren lernen, so, und, ähm, ja, hat dann auch beim, beim Test direkt bestanden, so, fleißig, äh, Frau Bullock, so, die, ähm, die war zu der Zeit, das hab ich auch in diversen, äh, Interviews und, und so weiter gelesen, also, die war echt ne Fleißbiene. Also, jeder hat gesagt, von wegen, so, ey, wenn, wenn Sandra Bullock was macht, so, hundertprozentig fokussiert, so, und ich find, das magst du auch in der Performance bei der. Definitiv, und was man auch wirklich ganz groß hervorheben muss, ähm, die Casting-Entscheidung, diese beiden, also Sandra Bullock und, äh, Keanu Reeves aufeinander loszulassen, quasi, großartig, die haben eine Chemie miteinander. Richtig, unfassbar. Super, also, auch, und selbst diese, ich sag mal, etwas schmalzigeren Szenen, ne, wo sie, wo sie dann darüber reden, ob nun Beziehung oder nicht halt, ne, und dann darauf, äh, hinaus, äh, kommen, dass halt so, ich sag mal, Adrenalin-geladene Situationen nicht gut für ne Beziehung sind, und dann sollte die Grundlage halt Sex sein, halt, ne, ist einfach geil. Also, es ist ein richtig schönes, äh, äh, topkompatibles Pärchen irgendwie. Ey, wetten, die hatten was miteinander. Hundertprozent. Also, erst mal, äh, als, als Mann, Sandra Bullock, also, ich, ich find, die ist immer nur ne ultrahübsche Frau, ich, okay, ich sag mal, was ganz peinlich ist. Ich sag mal, ich oute mich, weil es mir mittlerweile einfach egal ist, ja. Ich hatte ne Phase, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte ne Phase in der Pubertät, wo, ähm, ich ultra krass in Sandra Bullock verliebt war. Ja, also, diesen, diesen Klischee, Teenie-Crush, den man einmal hat bei nem Star, das war bei mir so Sandra Bullock, und ich bin mit 14 oder 13 oder 14 Jahren in die Videothek gegangen, und die hatten einen riesen Pappaufsteller von, äh, Sandra Bullock, von einem von ihren, ähm, Liebesfilmen, und ich hab für, äh, 50 D-Mark, also, mein komplettes Sparschwein, hab ich mir diesen Aufsteller gekauft und dem neben mein Bett gestellt. Okay, das ist krass, ja. Und ich hab mir an einem Wochenende vier von ihren Liebesfilmen reingezogen, weil ich so verliebt in diese Frau war. Also, äh, Sandra Bullock fand ich damals auch immer ziemlich cool, ich kann mir auch, um Gottes Willen, immer noch Filme mit ihr angucken. Ähm, ich find aber, dass sie, ähm, gerade was, was, was ihr Gesicht angeht, sich selber mittlerweile keinen Gefallen mehr getan hat. Also, ich bin der Meinung, dass sie halt auch ein bisschen was hat an sich machen lassen, und das, ähm, ja, das muss natürlich jeder für sich selber wissen, aber das ist, ich find sowas immer so ein bisschen unwürdig, wenn man so eine natürliche Schönheit auch hat. Und das auch eigentlich im Alter, so, dann, ähm, kann man das von mir aus gerne sein lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich find's bei ihr jetzt, ehrlich gesagt, nicht so schlimm, also, da gibt's ja Fälle wie Madonna und so weiter, wo es halt nochmal ein ganz anderes, anderes Kaliber ist. Aber hey, was ich auf jeden Fall damit sagen wollte, ist, Sandra, ich, äh, I loved you big time back then. Hast du, äh, ganz kurz nur, hast du auch zu der Fraktion gehört, als Sin City rauskam, die dann so auf Jessica Alba abgegangen? Null. Null. Das war dann so, glaub ich, ich bin ja ein bisschen jünger als du, ähm, das war dann wahrscheinlich so, meine Generation, genau, also wirklich jeder Zweite hatte so ein Jessica Alba Cowboy, äh, Outfit, äh, Poster irgendwie an der Wand hängen, also ganz übel, ja, ja. Ja, das ist so komplett so, äh, okay. Ja, aber lustig, wie so die Generationen halt so unterschiedlich sind, und dass man irgendwie so, äh, in der Pubertät so, sich voll die Filme fährt, von wegen, äh, Sennrack läuft noch irgendwann in der Zukunft zwischen uns, äh. Wusstest du, dass, ähm, während der Produktion die Gelder ausge, äh, ausgegangen sind, und irgendwann festgestellt wurde, von wegen, okay, wir haben jetzt echt Probleme, den fertig zu machen, und dass dann so, so, so eine kleine Testversion, äh, zusammen geschustert wurde, und dem, äh, ein Testscreening gemacht wurde, und dass die Produktionsfirma gesehen hat, wie das Publikum drauf reagiert hat, und dann gesagt haben, von wegen, okay, wir müssen da mehr reinschustern, wir haben da einen potenziellen Hit. Genau, also, da gibt's ja noch einen, einen schönen Zusatz, äh, Fakt dazu, ähm, die Produktionsfirma hat daran gesehen, dass Leute zwar aufs Klo mussten, aber sie sind rückwärts gelaufen, damit sie von dem Film so wenig wie möglich verpassen halt, ne, und das ist, das ist schon krass, also, wenn ein Testscreening so abläuft, dann kannst du dir sicher sein, okay, alles klar, ich hab ja scheinbar einiges richtig gemacht. Ja, 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 es freut mich, dass das generell so ein Film mit so einer Prämisse, und, und, wir reden ja, wir reden ja über einen Film aus dem Jahr 94, das heißt, wir haben 93 gedreht, ja, und bedeutet, okay, der Film kam jetzt nicht zu, äh, lange nach Die Hard, ja, so, und diese, generell dieses, äh, Konzept, was Die Hard so auf den, auf den Markt geworfen hat, von wegen, so, hey, irgendwo gefangen, in einer aussichtslosen Situation, etc., so Speed hat ja auch Elemente davon, ne? Ja, so ein bisschen, ja, aber ich, und es gab ja viele Copycats, also viele Leute, die diese Die Hard-Formel geklaut oder nachgemacht haben, und ich find bei Speed, die haben es halt sehr, sehr, sehr gut gelöst, weil Speed, glaub ich, nicht nur von der Action lebt, sondern auch von den Schauspielern, wie du grad schon gesagt hast, Sandra Bullock und Keanu Reeves, echt ein perfektes Match, also, das ist, ey, wie Arsch auf Eimer, einfach bei denen, so, und, dass du halt, ähm, generell eine, 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 ähm, eine Story hast, die dich die ganze Zeit fesselt, also, du hast halt wirklich quasi eine Geschichte, die fängt am Anfang an, so, und die hält dich für den Großteil der Geschichte wirklich in, in einem Bann, ohne mal abzuschwachen, sondern du folgst halt die ganze Zeit, weil du immer wissen willst, okay, was ist jetzt die nächste Hürde, was kommt jetzt als nächstes, auch, wie lösen die das jetzt auf einmal, also, du wirst halt, äh, größtenteils wirklich die ganze Zeit gefesselt, außer, jetzt kommt mein einziger Kritikpunkt, den letzten Akt hätten sie streichen können. Mit der U-Bahn, meinst du, oder? Ja, ich finde, dass nach der Busgeschichte hätte Schluss sein müssen, ich finde, ist der Film, guck mal, der geht ja, eine Stunde 56 Minuten, der hätte, der Film hätte eine Stunde 40, hätte gereicht, finde ich. Ähm, gebe ich dir im Grunde irgendwo recht, aber es ging ja dann natürlich auch darum, dass man natürlich irgendwie, ja, ähm, dem Herrn Payne irgendwie noch zu Leibe rückt, und man musste dann irgendwann was noch hinten ranhängen, weil warum ist der, wäre der Typ dann irgendwie beim Bus? Das ist richtig, ich finde, aber es ist zu lang gezogen, es hätte eine schnellere Lösung gebraucht, also, ich hab den Film, ich glaub, bestimmt schon so 20 Mal oder so gesehen, so, und ich weiß, von dem ersten Mal sehen, kam er mir immer zu lange vor, also, ich war, ich weiß nicht, wer das nachempfinden kann, aber ich war gerade bei den ersten Malen, wo ich noch nicht wusste, was so passiert, war ich so erschöpft von, 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 von diesem, von, von diesem Ride, von dieser, von diesem Trip, dass ich am Ende nicht mehr konnte, ich dachte, ey, jetzt mach endlich Ende, so, bitte, ich kann nicht mehr. Ja, das spricht aber im Grunde auch nur für, ich sag mal, die ersten 90 Minuten oder was, ähm, dass es einfach so gut, äh, ist mit diesem Bus einfach, und es ist ja auch streckenweise wie ein Kammerspiel halt, ne? Ja. Weil du halt wirklich nur in diesem engen Gefährt irgendwie drin bist, auch ein bisschen die Leute kennenlernst, die Passagiere, dann dreht einer durch und kann nicht mehr und so, dann wird probiert, die irgendwie da rauszuholen, es geht schief und, ne? Also, da passieren ja auch viele Sachen, aber halt immer auf diesem engen Raum, so. Genau. Und dann wirst du quasi wieder in die freie Welt entlassen, sag ich mal, und dann muss er irgendwie noch dafür gesorgt werden, dass halt, wie gesagt, halt der Dennis Hopper da noch wie geschnappt wird. Ja, ja, ja. Aber ich geb dir recht, der Film lässt dann schon so ein bisschen nach, ja, das, das, das geb ich dir. Wir haben ja eigentlich drei Abschnitte, ne? Wir haben den Aufzugabschnitt am Anfang mit Dennis Hopper, dann haben wir, äh, den, den, den Bustrip. Mhm. Und dann haben wir quasi den, den Zug. Genau. Ja, also dreimal muss Dennis Hopper eigentlich beseitigt werden, ne? Ist dir, ich meine, du hast jetzt schon gesagt, dass du sehr oft diesen Film schon gesehen hast, ich auf jeden Fall auch, ist dir mal aufgefallen, dass am Ende, äh, die U-Bahn, ist ja nicht zu stoppen, sag ich mal, ne? Und dieses, äh, Bedienpult ist ja zerschossen, glaube ich. Aber, Keanu Reeves schiebt den Hebel nach vorne, damit das Ding schneller wird. Ja, vielleicht hat der Hebel noch funktioniert. Aber warum zieht der dann ja nicht nach hinten, damit das Ding langsamer wird? Aber hat das nicht nach vorne geschrohen, damit der, 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 der Zug dann, ach, oh. Damit er durchbricht, also ja, damit er entgleist, er soll entgleisen. Okay, also heißt, okay, schneller fahren kannst du, aber langsamer geht nicht? Genau. Okay, hab ich nie drüber nachgedacht. Nee. Nee, krass. Krass, ja, guter Punkt. Äh, ich, ich kann dir sagen, warum. Darum. Weil es im Drehbuchstatt steht. Weil es im Drehbuchstatt steht. Genau, ja. Ja, haben wir, wir haben jetzt schon gesagt, dass der Film von Jan de Bond ist. Haben wir aber auch erwähnt, dass es sein Regie-Debüt war? Nee, haben wir nicht, genau. War sein erstes Ding. Und das, das ist wiederum so etwas Interessantes, dass das dein erster Film ist. Ja. Also was muss man denken, was man da für einen Rohdiamanten gefunden hat, wenn ein Regisseur so ein Brett als ersten Film hinlegt? Na, vor allem ist ja das Coole an Jan de Bond gewesen, dass er jahrelang als Kameramann gearbeitet hat. Unter anderem halt auch bei Die Hard, also stirbt langsam. Und er natürlich genau weiß, wie was zu filmen ist halt, ne? Also er weiß ganz genau, wie er was zu drehen hat und ist dann halt, der Weg hin zum Regisseur ist ja dann nicht mehr so weit. Richtig, richtig, genau. Ja, man sieht auf jeden Fall die Schule von Die Hard, deswegen aber macht ja dann den Vergleich, den ich gerade nochmal gesagt habe, ja dann nochmal ein bisschen Sinn. Wir haben ja schon gesprochen darüber, dass der Film zwischenzeitlich keine Kohle mehr hatte. Er hatte ein Budget von 30 Millionen Dollar, was für die damalige Zeit eigentlich mehr so, ich würde sagen, mittleres Filmniveau war. Das war jetzt kein High-Budget-Film, also auch in den 90ern war 30 Millionen jetzt kein, kein, ja jetzt hier als Beispiel Titanic oder Terminator 2 oder so, hast du nicht gesehen. Hat aber am Ende 350 Millionen Dollar eingespielt, also ein Riesenerfolg. Na, verzehnfacht quasi. Ja, so und man muss dazu sagen, ich kann mich noch daran erinnern, okay, da sind vielleicht die paar Jahre Unterschied bei uns nochmal ein bisschen größer, der kam ja zu meiner Teenie-Zeit raus und ich weiß, dass der Film bei uns allen so voll im Gespräch war, so von wegen Speed und so weiter, ich konnte halt, wie gesagt, leider erst später gucken, so, aber das war halt echt ein Thema dieser Film, so und es freut mich einfach zu sehen, dass Leute, die dann halt noch ein paar Jahre jünger sind, so wie du dann, die den auch gesehen haben, was mich interessiert, kennen die jungen Leute diesen Film halt noch, weil ich hab ein bisschen so das Gefühl, dass der so über die Jahre so sehr nach hinten gerückt ist, so in der Wahrnehmung. Für mich, in meiner Wahrnehmung ist es ein Kultfilm, also Speed ist ein, gerade weil es halt dieses Konzept hat halt, ne, und ich glaube, das mag man den Film nicht gesehen haben, aber eine Bombe, eine Bombe in einem Bus, der explodiert, so, das kennt man doch, glaube ich, oder? Oder hat man irgendwie schon mal gehört? Oder es wurde ja auch so oft aufgegriffen in, was weiß ich, irgendwelchen anderen Serien, es wird verarscht, es wurde, wurde eventuell auch kopiert, ich mein, mit Liam Neeson kam letztens ein Film raus, mit dem Auto, wo er drin sitzt und es geht hoch und so, wenn er zu langsam fährt, also dieses, dieses Konzept ist, glaube ich, schon sehr bekannt, denke ich. Also das, zumindest das Konzept hat sich auf jeden Fall über die Zeit gerettet und wer diesen Film noch nicht gesehen hat, der sollte das auf jeden Fall schleunigst tun. Ja, also ich glaube, gerade für Menschen, die wirklich noch keine Berührungspunkte mit dem Film gehabt haben, auch wenn wir jetzt schon viel erzählt haben, es gibt einfach so viele Elemente oder so viele Szenen, die euch wirklich das Herz in die Hose rutschen lassen können, so, ich, äh, will jetzt nicht weiter spoilern, aber es gibt so ein paar Szenen auf, auf dem Highway, so, wo ich zum Beispiel, als ich das erste Mal das gesehen habe, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, bitte, bitte, sei okay, sei okay und so weiter. Man kann sich natürlich, und das, ähm, im Laufe des Films macht man das ja als Zuschauer auch, ähm, dadurch, dass der Bus ja nicht langsamer fahren darf, gibt's natürlich Abschnitte auf einer Strecke, wie zum Beispiel einer Kurve, wo es eventuell tricky werden könnte, halt, ne, und sowas kommt natürlich in dem Film auch vor. Also, ähm, ab dem Zeitpunkt, wo klar ist, so und so sind die Spielregeln, rattern im Kopf des Zuschauers schon die, die, äh, die ganzen Sachen, die jetzt eventuell kommen könnten halt, ne, und was, was, was ist denn dann, wenn das und das passiert, oder, was denn, wenn das und das ist? Es wird alles aufgegriffen. Es ist alles drin halt, ne, also man, man hat die Überlegung, was könnte kommen und es kommt hundertprozentig. Ja, 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 ja. Was mich sehr enttäuscht hat, war, als ich die IMDb-Bewertung gesehen hab. Der dümpelt bei 6, irgendwas oder so? Nee, 7,3. Ah, 7,3, okay, ja, ist für mich auch noch ein bisschen zu niedrig, ja. Also, definitiv zu niedrig, ähm, das wär für mich so ein 7,7er. So, äh, gerade, wenn man ihn das erste Mal sieht, klar, so ein Film lebt halt davon, von der ersten Erfahrung. So, und je öfter du ihn siehst, klar, desto mehr lässt es nach, weil die ganzen Momente hast du halt dann schon gesehen und die fallen dann weg, aber gerade für ein First Watch, so ist das für mich eine klare 7,7. Ich glaub, ich würd mich da sogar anschließen. 7,7 klingt, klingt gut. Ja, klingt auf jeden Fall fair, ja. Ja. Wär ich dabei. Leute, ihr seht es, wir sind uns einig. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare posten. Habt ihr Speed damals gesehen? Wenn ja, gefällt er euch? Findet ihr ihn ein bisschen besser als Speed 2? Quatsch. Postet sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Film findet. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder auf ihn bei Ungeschnitten und mich und ihn auch auf SeanDavidTV. Bis bald. Gut. Tschüssi. Hallo Filmfans, ich bin die Jazz, Produzentin von SeanDavidTV. Wenn ihr das Video mochtet oder sogar den Kanal abfeiert, dann lasst doch sehr gerne euer Like oder Abo da. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.